Herzlich willkommen zu einem neuen Review. Dieses Mal am Start das Headset von Astro, das Astro A50 Wireless. Wir haben schon ein Unboxing hier auf dem Kanal gebracht und jetzt kommt eben das Review davon, denn nach einigen Wochen kann ich auch deutlich sagen, jetzt weiß ich wie das Ding funktioniert und wie es ist. Wir haben hier als erstes einmal das Headset und schauen uns nachher noch den Empfänger genauer an. Deswegen legen wir los, weniger Geschwaffel, Empfänger weg und Headset her. So, wir fangen als erstes hier mal mit dem Headset an. Das sind hier zwei Stereo-Lautsprecher, die lassen sich hier 90 Grad drehen. Wir haben hier drin jeweils einen Lautsprecher verbaut, also nichts mit echtem Dolby Surround-Gedöns oder so, wer sich darauf gefreut hat. Hier sind jeweils nur zwei Lautsprecher drin, mehr nicht. Das Ganze wird abgedeckt hier innen drin von einem Stoffstückchen und hier außenrum ist auch Stoff. Andere Headset haben hier Kunstleder oder so. Wir haben hier echter Stoff. Der ist aber, wie ihr seht, so ein bisschen klitzerig. Der Rest, aber hier ja weniger davon, ist, ja, wer ein Haarproblem oder Schuppenproblem hat, der wird seine Überreste hier dran finden. Manche stören sich daran, manche finden es ganz okay. Mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen egal. Vorteil hierbei, es ist sehr pflegeleicht, also es geht nicht so leicht am Arsch wie Kunstleder und es fühlt sich auf dem Ohr relativ gut an. Auch für Leute, die große Ohren haben, die kommen hier damit sehr gut klar. Ich bin jetzt zum Beispiel eine Person, die hat etwas größere Ohren als der Durchschnitt oder was weiß ich, keine Ahnung. Jedenfalls, das Headset sitzt mir gut auf den Ohren. Das ist die Series zum Beispiel. Er hat ja hier extrem drauf gedrückt und dann war es blöd. Kommen wir kurz zum Klang. Da haben wir nämlich ja zwei Stereo-Lautsprecher drin, die liefern einen relativ guten Klang, etwas Basslastig, was man im Internet vielleicht liest. Ja, kann ich etwas zustimmen, aber nicht ganz, denn man kann hier nachregeln und da kann man relativ gut nachregeln, auch von Software-seitig Windows aus. Von dem her, vom Klang her passt es wirklich gut. Und der Vorteil, wer eben zockt, weil das ist ja ein Gaming-Headset, der hat hier den Vorteil, dass es, wenn es irgendwo mal eine Explosion in der Nähe gibt, ordentlich rumst auf den Ohren. Von dem her ist der Sound des Headsets ganz gut. Wobei man muss bedenken, er ist im Stereo-Bereich richtig gut. Dolby Surround wird nur virtuell dargestellt, das heißt dann nachher Virtual Surround Sound. Und das funktioniert nur teilweise gut. Wenn ich es aktiviere und dann was angucke, dann meine ich immer, ich sitze in einem riesengroßen Saal, weil es eben so blöd künstlich klingt. Man kann es auch schlecht nachregeln, deswegen... Für den einen oder anderen möge es geil sein, weil die Ordnung dadurch etwas verbessert werden kann in Spielen. Aber für den reinen Soundklang davon ist es einfach nicht gut. Also ich benutze es lieber sogar als Stereo-Headset anstatt als Dolby Surround Sound. Zum einen, weil ich eben Livestreams mache und da Stereo besser ist, beziehungsweise ich kann nur in Stereo streamen, als auch die Soundqualität dadurch durchaus besser ist als mit Dolby Surround Sound. Das kann das Logitech G930 beispielsweise viel besser. Also wer ein Dolby Surround Sound Headset will, sollte vielleicht sich das G930 mal noch genauer anschauen. Machen wir aber weiter. Wir haben hier unten jeweils zwei Anschlüsse. Das heißt jeweils, wir haben nur zwei Anschlüsse. Wenn wir es so ein bisschen hinbekommen. Wir haben hier als allererstes so einen normalen Soundeingang. Da ist ein kleiner Controller aufgemalt. Bedeutet ganz einfach, hier kommt ein Chat-Mikrofon rein. Wenn man es hier so ein bisschen in die Mitte halten, ist es besser. In das können wir die Controller einstecken, also von Xbox One oder PS4 oder Xbox 360 mit PS3 geht es beispielsweise nicht. Zertifiziert ist das Ding für die PS3 und PS4. Bei Xbox gibt es keine Zertifizierung, sollte aber dennoch damit funktionieren. Hier darunter können wir einen USB-Anschluss anstecken, also so ein Mini-USB. Damit laden wir das Headset auf. Sonst gibt es hier dran nichts. Auf der anderen Seite haben wir einen Lautstärkeregler. Dann haben wir hier auf der Seite so einen netten Schieberegler mit 1, 2, 3. So kann man ein bisschen das räumliche Verhältnis einstellen. Damit kann man so ein bisschen das räumliche Verhältnis einstellen. Also sehr nah, etwas mittig, mittelgroßer Raum, sehr großer Raum. Und darüber haben wir die Ein-Aus-Power-Taste sowie die Pairing-Taste. Also das ist beides dasselbe. Zu dieser Seite hier haben wir nichts Sehbares, dafür Klickbares. Wir haben hier einen bzw. zwei Taster integriert. Damit können wir die Lautstärke der zwei Eingänge, der Sender- und Empfangsbox einstellen. Da können wir so ein bisschen hin und her gehen, also so drei, vier Stufen haben wir da drin, die wir hin und her gehen können, also den einen Eingang lauter oder leiser machen. Ich habe beispielsweise sowieso alles hier auf dem Game, also dem Haupteingang. Von dem her muss ich diese Taster hier eigentlich nicht verwenden. Wer allerdings mit der Konsole spielt, die die Konsole über den optischen Eingang angeschlossen hat und dann zum Beispiel vom PC her über Teamspeak dran ist, der kann zum Beispiel hier dann eben die Konsole und Teamspeak drauflegen und dementsprechend nachdem, wie es passt, steuern. Das ist aber schon mal eine coole Sache, dass es dabei ist. Dementsprechend, das ist ja hier an der Seite angebracht, da kommt man sehr gut hin. Auf der anderen Seite, hier haben wir das Mikrofon, jetzt müssen wir das nur irgendwie so hinmachen, dass wir hier das alles sehen, so sehen wir das. Also wir haben hier das Mikrofon dran, das ist hier so ein beweglicher Arm. Wenn er hier so hochgeklappt ist, dann ist das Mikrofon gemutet, denn wir haben hier so eine kleine Rasterfunktion drin, da können wir hier das Mikrofon dann muten. Es ist hier an einem sehr stabilen Gummiarm, wir sehen hier drin durch, ist eigentlich die Spirale, die Federspirale hier, was eigentlich den kompletten Mikrofonarm darstellt. Dieser ist hier mit zum Gummiding nochmal überzogen, finde ich persönlich besser, weil es einfach besser hält und stabiler wirkt und auch schön biegbar bleibt dadurch. Hier vorne haben wir das Mikrofon drin, drehen wir das Headset einmal rum. So, hier vorne haben wir das Mikrofon drin, das wird aufgenommen mit maximal 20 Kilohertz, ist nicht die Welt. Ein Mikrofontest zur Qualität kommt nach am Ende des Reviews. Ich sage nun mal schon mal so dazu, die Qualität hier für ein Headset dieser Preisklasse ist zu wenig. Hier haben wir nur ein 20 Kilohertz Mikrofon, das G930 hat zum Beispiel nur ein 16 Kilohertz Mikrofon drin, das SteelSeries H-Virus Headset hat zum Beispiel so ein 10 bis 16 Kilohertz Mikrofon drin, also nichts berauschendes. Und für das, was dieses Headset kostet, ist das hier zu wenig, da hätte ich mir mehr Qualität erwartet. Aber einen genauen Mikro-Test am Schluss. Kommen wir also hier nochmal zum Bügel. Dieser haben wir hier an der Seite stufenlos einstellbar. Wir sehen hier, ist auch noch so eine kleine Skala draufgedrückt. Das ist aber alles problemlos frei einstellbar, also rasterlos. Andere Headset haben hier einen Raster drin, das hier funktioniert problemlos so. Das Ganze natürlich hier auf der anderen Seite. Dementsprechend kann man sich das hier so ein bisschen zusammenpassen, je nachdem wie es sitzt. Und dementsprechend ist das ganze Ding hier auch für Leute mit einem großen Schädel geeignet. Gut, hier oben haben wir noch eine nette Polsterung dran. Dass es natürlich nicht druckt auf dem Schädel und das war's eigentlich. Durch den Bügel hier geht das Kabel, welches wir hier hochgehen sehen. Damit sind die zwei Lautsprecher angeschlossen. In welchem genau davon der Akku sitzt, ich schätze mal in dem hier, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Von der, vom Gewicht her ist es nämlich ganz okay. Also es ist nicht zu schwer. Die anderen Headset sind ein bisschen leichter, das hier ist ein bisschen massiver. Aber es ist okay. Die Akkudauer von dem Headset beträgt so etwa 8 bis 9 Stunden. Danach möchte es gerne wieder an den Strom angehängt werden. Das Ganze kann natürlich auch während dem Betrieb geladen werden. Das ist kein Problem. Also ihr müsst keine Pause einlegen, wenn es leer ist oder so. Ihr könnt einfach weiterzocken. Ihr habt halt dann hier ein Kabel runter baumeln. Ist aber auch kein Problem. Die Akkuzeit ist dann dementsprechend so ein bisschen Durchschnitt. Wir können den Akku nicht austauschen. Dazu müssten wir es aufbauen. Und dann wäre die Garantie im Arsch. Dementsprechend von der Lebensdauer von einer Akkuladung ist es so Durchschnitt. Nichts weltbewegendes, aber okay. Wer eventuell sich einen neuen Akku einlöten möchte, sollte es tun. Hat aber dementsprechend keine Garantie mehr. Je nachdem wie lange der Akku hält. Das wird sich jetzt der Langzeittest dann zeigen. Muss man vielleicht nach 2-3 Jahren einen neuen Akku haben. Oder sich ein neues Headset kaufen. Aber schauen wir ja mal. Gut. Das war das zum Headset an sich. Mikrofontest, wie gesagt, nachher. Kommen wir also zu Sender und Empfangsbox. Hier haben wir einiges zu bestaunen. Hier oben drauf haben wir außer hier dem netten A50 Logo nämlich noch 2 Knöpfe. Das wäre zum einen hier der Power-Knopf bzw. Pairing-Knopf. Der leuchtet hier jetzt rot, weil wir haben das Ganze hier aktuell an Strom angehängt. Daneben haben wir noch einen Dolby Surround Sound Knopf. Das bedeutet, wir können hier Dolby Surround Sound, soweit wir das möchten, einfach aktivieren. Oder deaktivieren. Das können wir hier einfach tun, indem wir draufdrücken. Dann leuchtet er rot. Und wenn wir nochmal draufdrücken, ist er aus. Wenn ich hier lange auf den Power-Button draufdrücke, kann ich das Ding Pairen. Kommt aber von Werk aus schon gepairt zu euch nach Hause. Müsst ihr also dementsprechend nicht nochmal neu Pairen. Wer es aber möchte, kann es durchaus tun. Mehr gibt es von hier vorne nämlich nicht zu betrachten. Wir haben hier unten noch einen Gummifuß. Dann rutscht das Ganze nicht so heftig hin und her und macht auch auf jeden im Untergrund keine Kratzer, weil das ist alles so schön Plastik und Klavierlack-Optik. Dementsprechend hier am Rand herum haben wir das schön glänzend und spiegelnd. Da ist es schön Fingerabdruck anziehend. Hier oben ist es rau. Dementsprechend schmutzunempfindlich. Kommen wir also zur Rückseite. Wir haben hier einen kleinen AUX-Anschluss. 3,5 mm Klickenanschluss. Da könnt ihr dann was anschließen. Dies kann zum einen euer Handy sein, Teamspeak sein, der PC sein, was auch immer. Hier geht eigentlich alles dran. Dann haben wir hier einmal einen Power-Anschluss. Dieser könnt ihr direkt am PC hängen. Über diesen ist nachher auch das Mikrofon aufnehmbar. Also über diesen hier geht euer Mikrofon nachher drüber. Deswegen, der sollte auf jeden Fall am PC erseiten. Ihr möchtet mit dem Headset nur Musik hören bzw. mit dem Link Musik hinsenden lassen. Dann könnt ihr hier auch jegliche anderen Netzteile hinhängen. Eure Handy-Ladekabel beispielsweise. Dann haben wir hier einen optischen Output. Den benötige ich nicht. Deswegen ist hier noch der Stecker drauf. Und rechts daneben haben wir den optischen Eingang. Dementsprechend seht ihr auch, ihr braucht zwangsweise entweder einen optischen Eingang. Darüber läuft auch das Virtual Dolby Surround Sound. Oder ihr braucht einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Ansonsten hört ihr mit dem Ding nichts. Das ist ein bisschen schade. Denn das SteelSeries hat hier sogar noch mehr Anschlussmöglichkeiten uns übrig gelassen. Dann haben wir hier noch einen USB-Anschluss. An den können wir nachher das Headset anschließen, wenn wir möchten. Damit wir das laden können. Ich persönlich habe hier nichts dran. Das hat einfach einen Grund. Den zeige ich euch ganz kurz mal. So. Das ist das Kabel, was mitgeliefert wird zum das Headset aufladen. Das hat hier noch die original Kabelbinderkacke dran. Warum? Naja, wenn wir das hier so ein bisschen auf... Dann sehen wir hier nämlich Design-Kack. Das ist das Kabel. Das hat etwa eine Länge von 50 cm. Wo zur Hölle soll ich mit diesem Kabel hin? Also, keine Ahnung. Mit den 50 cm für ein Ladekabel ist es eindeutig nicht gut getan. Das andere Kabel, was hier reingeht, das ist ca. einen Meter lang. Aber dennoch, das muss an den PC und das hier ist dann fürs Ladekabel eigentlich gedacht. Dementsprechend hier gibt es richtige Abzüge von mir, weil hier muss ich entweder hier dranhängen und die Box direkt, keine Ahnung, mir auch ans Ohr hängen. Oder ich muss das hier, falls die Box wirklich zu weit weg ist, das am PC anschließen oder an die Tastatur. Und dann hänge ich eigentlich entweder direkt auf dem Bildschirm drauf oder am PC. Auch kacke. Also, das Kabel hier kann eigentlich direkt im Nöten. Ja, zum Handy aufladen ist das nämlich auch gut. Ja, das können wir verwenden. Aber weg. Dementsprechend haben wir hier hinten nichts mehr dran. Auch an der Seite hier gibt es nichts. Dementsprechend ist das so fertig. Mehr gibt es nicht. Wir haben zwar noch einen Ständer, wo wir das Herz draufhängen können, aber der reißt das Ganze auch nicht mehr raus. Kommen wir also schlussendlich noch zum Mikrofontest und dann zum schlussendlichen Fazit des Headsets. Dies ist also nachher die tatsächliche Mikrofonqualität des 20kHz Mikrofons des Headsets. Wir sind hier aktuell in der Windows-Systemsteuerung. Und ich möchte hier euch einfach nur zeigen, dass wir, was ich am Anfang jetzt hier nicht direkt gesagt habe, zum einen die Möglichkeit haben, das Ganze über USB auszugeben. So haben wir das hier aktuell angeschlossen. Und wenn wir hier reingehen, dann sehen wir das Ganze auch hier dran stehen. Also hier steht eben USB. Hier haben wir dann auch die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen anzupassen. Und wir haben hier dementsprechend auch nur einen Stereo-Ausgang dran. Der optische Anschluss, den haben wir hier, habe ich jetzt ein bisschen umgeschrieben. Wir sehen hier auch eher hinteres Bedienen, fällt optischer Buchse. Und wir haben hier dementsprechend nur Dolby Digital, DTS Audio, sowie hier Microsoft WMH Pro Audio funktioniert nicht. Im Frequenzbereich von 44.100 Hz, sowie 48.000 Hz. Der Pegel haben wir hier dementsprechend voll aufgedreht. Dieser sollte hier immer voll aufgedreht sein, da die Pegelsteuerung am Headset selbst keine Auswirkungen hat auf die Pegelsteuerung von Windows. Die sind komplett getrennt. Wir können hier in Verbesserung zwar noch ein bisschen was einstellen, also auch der Virtual Surround Sound. Ich persönlich habe ihn aber wie gesagt ausgeschaltet. Bei erweitert haben wir hier eben noch die Möglichkeit, das Ganze einzustellen, eben mit zwei Kanal. Hier unten das DTS in der T5.1 Surround funktioniert beispielsweise bei mir nicht. Dann funktioniert nämlich das Headset nicht und Windows gibt mir einen Fehler aus. Wir können hier dementsprechend nur von 16 und 24 Bit die Frequenzen 44.100 Hz und 48.000 Hz verwenden. Mehr geht nicht. Wir kommen also kurz noch zum Mikrofon. Das haben wir hier. Wir haben hier natürlich das Astro Wireless Transmitter Ding. Das steht natürlich dran, weil das Mikrofon ist, wie wir hier erkennen können, über USB angeschlossen. Das bedeutet, wir können nicht das Mikrofon über den AUX-Eingang raussenden lassen oder über den optischen Ausgang. Das funktioniert hier nicht. Wir sehen auch, wenn wir hier auf Pegel gehen, das Ganze habe ich auf 100%. Also das hier, was ihr hier hört, ist die maximale Lautstärke, was man einstellen kann. Erweitert sehen wir zwar, dass es hier ein Einkanal, also Mono, Mikrofon bei 16 Bit und 48.000 Hz ist. Das können wir auch nicht verändern. Tatsächlich kommen aber wirklich nur die 20.000 Hz an. Also das, was hier steht, ist eben der Windows-Standard-Treiber. Hier können wir nichts einstellen. Gut. Kommen wir also zum schlussendlichen Fazit des Headsets. Für den Preis von rund 300 Euro könnt ihr dieses Headset euer eigen nennen. Ich habe ein bisschen weniger gezahlt. Je nachdem, wann ihr es kauft, kann es sein. Der Sound an sich ist relativ gut des Headsets, soweit man es eben im Stereo-Bereich verwendet. Die Akkulaufzeit ist durchschnittlich. Der Empfang von etwa 15 Meter auch durch Wände durch, je nachdem, was ihr eben für Wände habt, ist auch ordentlich. Und das Mikrofon ist für TeamSpeak und für eventuelle Livestreams oder gelegentliche Aufnahmen auch komplett ausreichend. Da kann man echt nichts sagen. Der Sitz ist bequem auf dem Kopf und die Ausstattung an sich ganz okay. Man hört nichts knistern, man hört nichts knallern im Funk. Dementsprechend haben wir auch eine sehr gute Sendeleistung. Allerdings der Preis stimmt eben bei diesem Headset nicht. Wir haben hier als Vergleichskandidaten ein G930 mal da. Ich habe es da, habe es getestet und wenn ich beide wirklich nebeneinander setzen muss, dann würde ich eher das G930 nehmen. Zum einen, es kostet wirklich nur mal die Hälfte, was schon mal einen riesen Pluspunkt gibt. Zum anderen hat es zwar ein bisschen ein schlechteres Mikrofon wie das, aber im Dolby Surround Sound kann dies auch schon wieder etwas mehr punkten. Wer also ein qualitativ hochwertig verbautes Headset möchte, der kann gerne mal zuschlagen und es selbst einmal ausprobieren. Wer etwas nicht so flüssig ist auf dem Konto, der sollte vielleicht doch lieber das G930 nehmen. Damit wäre er genauso zufrieden. Das wäre also mein Review jetzt hierzu mal gewesen. Ein genaueres Review, so wie auch von den anderen Headsets, findet ihr unten als Link zu der GameMani Homepage. Einfach mal durchlesen, vielleicht findet ihr es ja auch interessant und könnt euch ein besseres Bild von den Headsets machen. Wenn noch Fragen da sind, könnt ihr diese unten in den Videokommentaren stellen. Ich versuche sie zu beantworten, so gut wie es geht. Wenn das Review hier gefallen hat, dann Däumchen nach oben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ein Abo hinterlassen könnt ihr auch natürlich. Link zum Headset findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, falls ihr es kaufen möchtet. Bei jedem Kauf über Amazon, da unterstützt ihr mich ein kleines bisschen. Auch mit diesem Kanal. Bis dahin freut mich, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt. Haut rein! Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin!